Auf die Wiener Pride fordern Innenminister Kahner und DSN-Leiter Omar Hayawi-Pirchner bessere Zugriffsmöglichkeiten auf Inhalte von Messenger-Diensten möglicher extremistischer Gefährder. Darüber spreche ich nun mit dem Datenschützer Daniel Floninger von Epicenter Works einen schönen Nachmittag. Nach dem vereitelten Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade wollen Innenminister Kahner und DSN-Leiter Hayawi-Pirchner auf Inhalte von Messenger-Diensten möglicher extremistischer Gefährder zugreifen. Der Innenminister meint, die aktuellen Regelungen seien nicht mehr zeitgemäß. Was sagen Sie denn zu dieser Einschätzung? Ich bin entsetzt, dass der Verfassungsschutz hier Verfassungsbruch fordert. Es gibt ein VfGH-Urteil in Österreich, das diese Überwachungsmaßnahmen eindeutig als überschießend verurteilt hat. Innenminister Kahner betont, es gehe ja nicht um Massenüberwachung, sondern darum, einzelne Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen und dazu brauche die Polizei die entsprechenden Befugnisse und Kompetenzen dazu. Ist für Sie die derzeitige Rechtslage ausreichend? Das Problem ist, also erstens mal wurde das aufgeklärt von der Polizei, danke zweiterweise, aber die Rechtsklage lässt das einfach nicht grundrechtskonform zu, weil es nicht zu vergleichen ist mit einer normalen Telefonüberwachung, sondern die Geräte hier massiv unterwandert werden müssen und mehr als die reine Kommunikation komprimiert wäre und ausgelesen wird. VfGH hat auch eindeutig gesagt, dass hier der Datenschutz nicht gewährt werden kann, weil einfach zu massiv eingegriffen wird. Diese Geräte sind ein starker Bereich unseres höchstpersönlichen Lebens und es ist technisch einfach nicht möglich, hier zu trennen zwischen einer Kommunikation, die stattfindet und anderen Dingen, die auf dem Gerät passieren. Der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst bezeichnet Österreich als de facto Schlusslicht, was die Überwachungsmöglichkeiten von Messenger-Diensten betrifft. Ist das tatsächlich so, kann Sie uns vielleicht einen kurzen Abriss geben, wie die Rechtslage da in Europa ist? Es gibt unterschiedliche Länder, die teilweise staatliches Hacking im Einsatz haben. Es gibt aber dort auch Klagen, die anhängig sind und große Diskussionen, weil es zu Problemen führt, weil es große Rechtsunsicherheit gibt, weil diese Software einfach mehr tun kann, als in den Gesetzen drinsteht. Wir haben auf europäischer Ebene zwei Fälle, Pegasus und DSEAF, wo wir massiv damit zu tun haben, dass diese Bundestrojaner dazu eingesetzt wurden, um Politikerinnen, Politiker, Journalisten, Journalisten oder Anwälte, Anwältinnen auch in Österreich abzuhören. Also wer sollte sich hier als Staat nicht am Schwarzmarkt bedienen und diese Lücken werden am Schwarzmarkt gehandelt und von Firmen vertrieben, die auch mit privaten Akteuren handeln, die sie für diesen Zweck einsetzen, aber auch Staaten und Diktaturen. Aber heißt das, dass dann aktuell, weil Sie gesagt haben, auch in Österreich, dass Bundestrojaner bei uns derzeit zum Einsatz kommen? Sie wurden illegal zum Einsatz gebracht. Wir wissen, dass bei DSEAF, dass hier private Akteure und Anwältinnen zum Beispiel betroffen waren und illegal abgehört wurden. Wir wissen nicht von wem. Der Verfassungsgerichtshof hat ja entschieden, Bundestrojaner einzusetzen. Das ist nicht verhältnismäßig. Gibt es denn keine Möglichkeit, trotzdem eine Messenger-Überwachung zuzulassen, aber trotzdem die Privatsphäre zu wahren? Nein, das ist das Problem. Es ist technisch nicht möglich. Und deswegen eben auch diese Absage an diese Überwachungsmaßnahme. Wir sind für sinnvolle, zielgerichtete Polizeimaßnahmen. Aber diese ist einfach überschießend. Und man spricht hier auch immer von Gefährdern oder Gefährderinnen. Diese sind nicht klar definiert im Gesetz. Das einzige Mal, wo Bundestrojaner nachweislich zum Einsatz gekommen ist, ein von zwei Fällen oder angefragt wurde in Österreich ohne gesetzliche Grundlage, war der Tierschützerprozess damals. Und haben Sie Einblicke, wie konkret jetzt die Überwachung funktioniert? Weil zum einen war ja jetzt bei dem Bright-Anschlag, der konnte vereitelt werden. Also da war es ja offensichtlich eine Form der Überwachung möglich. Gleichzeitig sagt der Innenminister, wir haben da nicht mehr die zeitgemäßen Methoden, weil die Täter über Messenger agieren und nicht mehr über das klassische Telefon. Trotzdem ist ja anscheinend eine Überwachung möglich. Wie funktioniert die dann aktuell? Ja, teilweise werden sicher Plattformen überwacht, die öffentlich zugängliches Material haben oder aber auch dort die Kommunikation beobachtet werden kann oder was Täter, Täterinnen dort posten. Dazu können Metadaten ausgewertet werden, das heißt nicht die Inhalte der Nachricht, aber wer wann mit wem kommuniziert hat, in welchen Kreisen sich Menschen aufhalten, eventuell dann auch verabreden. Diese Dinge können so überwacht werden und die Plattformen sind auch mit dem Digital Service Act ab Anfang 2024 verpflichtet, hier gegen strafrechtlich relevante Inhalte vorzugehen und mit den Behörden zu kooperieren. Was ist denn jetzt konkret an Überwachung in Österreich jetzt schon möglich, was Telekommunikation betrifft? Wir haben verschiedene Überwachungsmaßnahmen, das führt jetzt sehr weit. Wir würden einmal eine Überwachungsgesamtrechnung fordern, bevor wir immer wieder über Einzelmaßnahmen diskutieren und uns mal anschauen, wie sieht die Überwachung insgesamt aus, wie groß ist der Überwachungsdruck, wie wird diese gerechtfertigt. Wir haben dazu auch Handbuchüberwachung vorgelegt und diese Überwachungsgesamtrechnung würde einmal gemacht gehören, damit wir abgleichen können, welche Maßnahmen sind notwendig, welchen Rechtsschutz benötigt es hier und dann kann man darüber diskutieren. Zum Abschluss, der Innenminister hat eben gesagt, wir sind da europaweit Schlusslicht, was diese Überwachungsmöglichkeiten betrifft. Aus Ihrer Sicht gesehen, stehen wir dann in Österreich sogar relativ gut da, weil es eben diese Möglichkeit eines Bundestrojaners bei uns nicht gibt? So ist es, ja. Ganz genau so ist es, ja. Ein Bundestrojaner wird immer bedeuten, dass man sich am Schwarzmarkt bedient, unter allem, dass der Staat Geld investiert und da geht es um viel Geld, um die IT-Sicherheit aller uns sicherer zu machen. Vielen Dank, Daniel Lohninger, für diese Analyse und einen schönen Nachmittag noch. Sehr gerne, danke. Vielen Dank.